Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Filmkritik beim TeleStammtisch. Und ich habe jemanden am Start, der ist quasi Inventar hier bei uns beim TeleStammtisch, denn sie ist inzwischen so oft dabei gewesen, dass man sie als festes Mitglied der Besatzung betrachten kann. Moin Nina. Hallo. Steht Brasilien noch? Ja, hier ist alles noch gut dabei. Es ist halt immer noch sehr warm und man merkt wirklich, dass man hier fast im Regenwald ist. Weil morgens ist strahlender Sonnenschein, da knallt die Sonne richtig auf den Kopf und es ist halt sehr, sehr heiß. Und dann kommt wirklich, man kann die Uhr danach stellen, um 15 Uhr, 15.30 Uhr fängt es an zu pissen. Wie sonst war es. Es riecht halt krass dolle. Und dann hört es auf und dann ist es wieder warm. Aha, okay. Krass. Da kann man quasi, ja gut, ich wollte gerade sagen, da kann man auch ungeduscht rausgehen, aber wenn man zeitweise doch im Trocknen steht, dann lässt man das vielleicht besser. Ja, nee. Ich habe übrigens tatsächlich auch die anderthalb vollständige Ausgaben vom Klappencast inzwischen gehört, unter anderem auch die ganz aktuelle. Und ich finde, ihr macht das sehr gut. Also an euch da draußen, bitte hört euch das unbedingt mal an. Die Jungs und Mädels vom Klappencast, ich glaube, die wissen, wovon sie reden. Also da hört mal rein. Ja, es wird manchmal ein bisschen lang und ein bisschen sehr polemisch. Wir haben nicht immer die gleiche Meinung, aber es ist auch ganz gut. Heute, da reden wir über einen Film, den du eben auch schon gesehen hast, weil er in Brasilien offensichtlich deutlich früher läuft, als er hier bei uns in Deutschland läuft. Wir haben noch ein kleines bisschen, bis bei uns der Start ist. Bei uns ist wohl am 22. März 2018 der Deutschlandstart von I, Tonja. Wann hast du den gesehen? Ich habe den schon vor einer Weile gesehen. Der lief hier, glaube ich, so Mitte Februar an, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ich habe hier auch das Glück, bei mir direkt um die Ecke, wirklich fünf Minuten entfernt, ist so ein Independent-Kino und da laufen halt immer drei Filme die Woche und da lief unter anderem auch I, Tonja. Und für billige 10 Reals, das sind ungefähr 2,50 Euro oder so. Montags halt Specialpreis. Ja, da gehe ich halt einmal die Woche mindestens jetzt ins Kino. Ist das eigentlich noch Independent-Kino? Ist I, Tonja noch Independent oder ist das schon eigentlich ein großer Blockbuster? Ja, ich würde es noch als Independent, also nicht Independent, das auf gar keinen Fall, aber halt als kleinerer Film, so in einer Riege mit Call Me By Your Name oder halt, ja sowas halt. Was halt nicht sehr viel Aufmerksamkeit erregt, außerhalb der Kreise der Leute, die halt sich für Filme vielleicht interessieren und halt das dann sehen oder halt davon mitkriegen. Aber es ist halt auf gar keinen Fall so ein Star Wars oder Avengers-Film von der Aufmerksamkeit her, von der Medien. Wovon reden wir eigentlich? I, Tonja ist also ein Film, der ziemlich genau zwei Stunden, sagt IMDb, ist wohl ab zwölf Jahren freigegeben und er behandelt den, ja quasi Großteil des Lebens der Eiskunstläuferin Tonja Harding. Tonja Harding war in den Staaten, ich weiß gar nicht wann, in den 90ern glaube ich, eine sehr berühmte Eiskunstläuferin, die da viele Erfolge eingefahren hat, die den glaube ich dreifachen Achsel erstmalig als erste US-Amerikanerin springen konnte und halt einfach sehr viel Aufmerksamkeit bekam. Und quasi das Ende ihrer Karriere ist so ein bisschen das, auf das dieser Film hier auch hinausläuft, denn sie ist vor allem dafür bekannt, dass sie angeblich ihrer ärgsten Konkurrentin das Schienenbein hat zertrümmern lassen. Ob das wirklich so war, ob sie wirklich was dafür kann, das thematisiert der Film auch ein Stück weit. Und es geht eben um Tonja Harding und ihr Leben. Würdest du sagen, ich habe noch irgendwelche wichtigen Aspekte vergessen? Nee, das geht halt auch vor allem halt, weil sie sehr unangepasst ist, weil sie kommt aus einer sehr, sehr armen Familie und mit Eiskunstlauf verbindet man halt sehr hübsche, kleine Mädels, die halt total elegant und auch teilweise teuer gekleidet sind. Und diesen Kontrast bildet auch der Film sehr schön ab, finde ich. Gespielt wird die Tonja Harding eben von niemandem geringeren als Margaret Robbie, die ja wohl auch als Produzentin mit dabei gewesen ist. Und die Figur redet irgendwann auch mal mit ihrer Mutter und dann nennt sie sich auch, sagt sie auch, ihre Schulfreundinnen würden sie oder ich glaube sogar ihre Eiskunstfreundinnen würden sie als White Trash bezeichnen, also quasi so weiße Unterschicht. Und genau aus der kommt sie eben und versucht da jetzt eben in dieser Eiskunstlauf-Szene irgendwie Fuß zu fassen zu Beginn des Films. Wie gesagt, sie selbst ist halt diese berühmte Eiskunstläuferin und es gibt noch eine ganze Handvoll weiterer Charaktere. Ja, unter anderem eure Mutter, die man auf jeden Fall hier erwähnen muss, ne? Genau, das ist, die wird gespielt von Alice und Jenny. Und ja, gestern, vorgestern waren ja die Oscars und da hat sie auch den Preis für als beste Nebendarstellerin gewonnen. Wie gesagt, also sehr verdient, finde ich. Und ja, ansonsten spielt auch noch Sebastian Stan, den man als Winter Soldier, als Bucky kennt, Captain Americas bester Freund. Und die sind alle so großartig, die Schauspieler. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon darüber reden sollen. Also ich finde, dass alle hätten alles verdienen sollen. Ich finde, also Alice und Jenny als hart, herzige, ja schon gewalttätige Mutter, die ihre Tochter einfach nur dazu bringen will, Eiskunstläuferin zu werden. Und mehr oder weniger die einzige Anerkennung, die sie ihrer Tochter irgendwie entgegenbringt, ist, wenn sie mal gut ist. Und das ist halt sie nicht so oft für die Mutter, also in den Augen der Mutter. Also eine harte, hartherzige Rabenmutter sozusagen. Und ja, Sebastian Stan spielt den Ehemann von Tonya Harding und der ist einfach so lustig. Das ist einfach großartig. Das sind eben drei teilweise wirklich auch extreme Charaktere, die, man muss sich so ein bisschen so vorstellen, dass die Tonya Harding, also hier eben gestillt von Margaret Robbie, so ein bisschen, ja unter, von allen, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt aller Figuren ist, die quasi über sie miteinander in Verbindung stehen. Das ist also eine sozial schwache Familie. Man muss vielleicht auch mal sagen, der Vater hat die Familie verlassen. Es gab da offensichtlich einen großen Krach zwischen Mutter und Vater. Und anscheinend hat er auch nach der Trennung keinen großartigen Kontakt mehr zu seiner Tochter gesucht. Die Mutter selbst hat wohl mehrere Kinder, die zwar im Film keine Rolle spielen, aber ich glaube, sie ist eins von vier oder fünf Kindern. Man sieht die wirklich nicht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es sogar beeindruckend, dass die Mutter da offensichtlich noch so viel Zeit auch mit Tonya verbringt. Oder gibt es da noch irgendwelche Geschwister, von denen ich jetzt komplett vergessen habe? Nee, das wird nur am Anfang erwähnt. Sie hat irgendwie vier, fünf Kinder von drei verschiedenen Ehemännern. Und Tonya ist halt die zweitjüngste. Ich glaube, deswegen sieht man halt nichts von den anderen. Und ist eher sozial schwach. Die Mutter muss halt eben, also es muss kellnern, aber sie kellnert eben. Hat das aufgrund dessen wohl auch nicht das höchste Einkommen. Und kann ihrer Tochter, also alles, was sie tut, was sie sich an Luxus leistet, ist es eben ihrer Tochter, diese Eiskunst, diese Laufstunden dazu bezahlen, diese Trainingsstunden. Und ist aber auch sehr rabiat und ist natürlich auch, also die zwingt ihre Tochter halt wirklich zur Höchstleistung und ist dafür auch bereit, harte Worte zu finden. Ist eben jetzt nicht unbedingt so diese liebende, zärtliche, zugeneigte Mutter, die da vor Liebe nur so strotzt. Mal davon abgesehen, dass sie auch permanent raucht und säuft. Ja, also eine sehr schöne Familie, die da dargestellt wird. Und auch der Jeff, ihr späterer Freund und Ehemann, der gespielt wird eben von dem Sebastian Stan. Bei dem habe ich nicht so ganz verstanden, wo der ist, der hat auch so ein bisschen zum Beispiel den Hang zur Gewalt. Bei dem habe ich nicht so ganz verstanden, wo der eigentlich herkommt. Denn der kommt ja aus verhältnismäßig, ja zumindest gesitteten Verhältnissen. Also ja, beide Eltern scheinen noch da zu sein. Hast du eine Idee, woher dieser Aggressionspotenzial kommen könnte? Ich glaube, der hat auch ziemlich viel getrunken und das war generell nicht so eine einfache Familie. Also keine einfache Beziehung, weil sie auch, sie sagt es ja auch im Film, dass sie erwartet hat, dass wenn man sie liebt, dass man sie schlägt. Weil sie hat halt von der Mutter auch nichts anderes gelernt, dass Liebe gleich Gewalt ist. Und deswegen, glaube ich, hat sie sich wahrscheinlich auch einen Mann ausgesucht, der mehr oder weniger das auch widerspiegelt. Aber warum er so aggressiv ist, ich glaube, weil er halt ein bisschen säuft, also ein bisschen viel. Ich weiß halt nicht so genau, das wird im Film auch nicht so verdeutlicht. Nur, dass er halt manchmal mit seinem Freund da in einem Stripclub da irgendwie rumhängt und ein bisschen was trinkt. Aber warum der da so aggressiv ist, das wird auch im Film, glaube ich, auch nicht so erklärt. Also Gewalt scheint im Alltag von Tonja auf jeden Fall alltäglich zu sein, genau. Und alle haben gar kein Problem damit, dass sie auch mal die Tonja schlagen oder sie selbst findet es irgendwann auch in Ordnung. Und gerade so die beiden engsten Figuren in ihrem Leben, nämlich Mutter und langjähriger Ehemann und Freund, schlagen sie eben auch. Gerade mit ihrem Mann und Freund gibt es ein ständiges Hin und Her zwischen, sind sie zusammen, trennen sie sich jetzt, sind sie doch wieder zusammen. Wer kann eigentlich nicht ohne den anderen? Das war ganz schön viel Hin und Her. Fandst du das auch ein bisschen zu viel vielleicht oder war das aus deiner Sicht angemessen? Also ich fand das, das spiegelte halt so eine toxische Beziehung halt sehr gut da, weil sie wollte halt nicht mehr mit ihm zusammen sein. Der hat sie krankenhausreif geprügelt sozusagen, hat sie mit einer Waffe bedroht. Und aber trotzdem ist sie immer wieder halt zu ihm hingegangen, weil vor allem im Film wird sie auch nicht so sehr als sympathische Figur dargestellt. Man fiebert mit ihr mit und man weiß, dass sie auch eine, ja, okaye Person ist, sagen wir mal. Aber sie geht halt immer wieder zu ihm zurück und sie gibt auch allen anderen die Schuld, außer sich selbst. Auch da gibt es eine Szene, wo sie gerade im Auto sitzt, wo er sie gerade geschlagen hat und mit der, nee, der hat sie angeschossen. Die Kugel ist dir an der Schläfe vorbei gestreift und die werden halt angehalten von einem Polizisten. Und der Polizist sieht sie, sieht, dass sie halt blutet, tut aber nichts und dann sagt sie halt, ja, du bist schuld an allem anderen sozusagen. Der Polizist ist halt schuld daran, dass alles andere so passiert ist, wie es passiert ist, mehr oder weniger. Weil das aus Ihrer Sicht ein entscheidender Punkt war, dann so ein entscheidender Punkt, wo es hätte anders kommen können. Was man generell mal zur Präsentation des Films sagen muss, er wird quasi aus Sicht der verschiedensten Figuren erzählt. Wir müssen uns das vorstellen, dass wir quasi in einer Retrospektive sind. Eigentlich werden quasi Interviews geführt mit den jeweiligen Figuren. Wir sehen also unter anderem auch Tonja Harding dann gespielt, also quasi noch geschminkt auf alt. Ich würde schätzen so ihren 40ern, 50ern. Wir sehen die Mutter, die dann offensichtlich auch schon, also einfach nach ein paar Jahren ins Land gezogen. Und diese Person erzählen, wie es damals war und dann haben wir über den weiten Strecken des Films wie so Rückblenden. Ja, wie so eine Interview-Doku kennt man das so ein bisschen auch, wo dann so die eigentlichen Geschehnisse nachgespielt werden. Nur eben von eins zu eins denselben Schauspielern. Und so haben wir dann quasi eine und dieselbe Situation, die aus der Sicht von unter anderem dann, wenn es zum Beispiel zu einem Streit kommt, auch mal aus der Sicht von Jeff, also ihrem Ehemann und Freund, sagen wir jetzt Ehemann, also erzählt wird. Und dann kann sie aber die Situation noch mal aus ihrem Blickwinkel schildern. Und so, dass wir dann teilweise zum Beispiel auch den Bruch der vierten Wand haben. Die Figur dreht sich dann eben zur Kamera, sagt, hier, stopp. So war das aber eben nicht. Und das mal zur Präsentationsweise mal, weil das damit hatte ich so in der Form nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, das wäre ein ziemlich straighter Handlungsverlauf. Aber wir haben eben diese Retrospektive, wo rückblickend Geschichten erzählt werden und die quasi die Wahrheit ans Licht kommen soll. Ja, und das finde ich halt das Besondere an dem Film, weil es ist halt nicht so ein langweiliges Biopic, wo man halt sieht, wie sie halt ein bisschen über ein Eis tanzt. Und es wird erzählt, dass die Beziehung zu ihrem Mann sehr, ja, sehr toxisch und sehr gewalttätig war und so weiter. Sondern halt, man hat halt diese Brüche und auch so das, was die Leute im Interview erzählen, passt nicht so ganz mit dem, was dann gezeigt wird. Weil die dann halt, ja, es gibt manchmal Brüche in den, so ein bisschen so Textbildschere, würde man halt so sagen, wenn es halt so im Fernsehen ist, dass halt das, was gesagt ist, wird nicht mit dem übereinstimmt, was da gezeigt wird. Und das fand ich total toll. Oder auch, ja, halt vor allem diese eine Szene, wo Tonja sich halt umdreht und sagt, nee, so ist es nicht passiert. In der Szene, das fand ich halt richtig gut. Aber was ich vor allem richtig gut fand, war die Präsentation von den Choreografien von Tonja. So wie sie Eiskunst läuft sozusagen. Ja, also die ganzen Szenen, wo sie halt, wo man gezeigt bekommt, wie sie halt auf dem Eis ist und wie sie tanzt, erinnert mich halt, hat mich sehr an Black Swan erinnert. Das ist halt so, so dieses dynamische, eine Sportart, die eigentlich ziemlich langweilig ist, sehr krass und spannend und sowas dargestellt, fand ich halt richtig gut. Deswegen, mich hätte es gefreut, wenn der Film tatsächlich den Oscar für den besten Filmschnitt bekommen hätte, weil ich das halt sehr gelungen fand. Ja, das ist tatsächlich auch eine von zwei Sachen, die mich wirklich mal positiv vorausstellen möchte. Ich meine, ich bin in den Filmen natürlich durchaus mit einer gewissen Skepsis gegangen. Für mich war der Grund, in den Film zu gehen, natürlich zum einen die guten Vorabkritiken, die er kassiert hat, als auch eben mein generelles Interesse der schauspielerischen Leistung von Margot Robbie. Ich bin einfach der Meinung, dass das eine Frau ist, die sehr viel mehr kann, als in Suicide Squad ihren Hintern in die Kamera zu halten und auch irgendwie überall im Bikini rumzurennen. Denn die Frau ist wirklich eigentlich eine ganz gute. Und deswegen wollte ich mir den Film auf jeden Fall mal anschauen. Das war also der eine Grund. Ich finde, dass sie da überraschend, also so gut wie gar nicht, obwohl das natürlich auch sehr knappe Kostüme sind, aber dass diese ganze Sexualisierung ihrer selbst als junge, attraktive Frau überhaupt, also mir ist das jetzt nicht in irgendeiner Form aufgefallen, dass das damit gearbeitet wurde. Ganz im Gegenteil. Und das andere, was mir wirklich auch positiv herausgestochen ist, wenn man in so einen Film geht, der eine große Eiskunstläuferin als Hauptprotagonistin ja eben thematisiert, habe ich eigentlich so ein bisschen mit relativ langweiligen Eiskunstlaufszenen gerechnet. Ja, mit sehr detailverliebten Quatsch und irgendeinem Wettkampf auf dem Eis und irgendwelchen Punkterichtern und dann geht es um irgendwelche Kommastellen. Aber all das Zeug, das bleibt uns erspart. Wir bekommen den Film, der natürlich eine gewisse Handvoll an tollen Eiskunstlaufszenen hat. Die finde ich aber allesamt unterhaltsam und sehr gut und auch wirklich schön anzusehen. Ich vermute mal nicht, dass Margaret Robbie das selbst gemacht hat. Ich vermute mal, dass sie da irgendwie ein Stuntdouble hatten oder eine Eiskunstläuferin und ihr Gesicht einfach auf die Figur gepappt haben. Das war bei uns nach der Pressevorführung auch kurz Thema, ob das jetzt eigentlich selbst gelaufen ist oder eben nicht. Ich vermute mal, es war irgendwie eine Art Stuntdouble und die haben das Gesicht einfach reingepackt. Aber wie gesagt, die zweite positive Überraschung war eben, dass das Eiskunstlaufen selbst eine angemessen große Rolle spielt in dem Film. Ja, aber es geht halt nicht nur darum. Es geht halt wirklich um sie als Person. Man hat wirklich so, klar, immer mal wieder wird gezeigt, dass sie halt zu irgendwelchen Turnieren geht. Und es geht halt auch um die Olympischen Spiele. Einmal 92, wenn ich mich nicht irre. Und dann wurde halt vereinbart, dass die Winterolimpiade halt alle zwei Jahre, deswegen konnte sie auch 94 nochmal laufen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, 94 nochmal zu den Olympischen Spielen zu gehen. Es ist halt immer wieder Thema. Na klar, es geht um Tonja Harding, die ist Eiskunstläuferin. Aber es geht halt auch sehr, 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 sehr viel um ihre Person, was ich auch sehr schön fand. Wirklich sehr angenehm, das da mal zu sehen. Ja, ich würde sagen, wir haben uns jetzt auf jeden Fall hier über die ganzen einzelnen Charaktere unterhalten. Wir haben die Geschichte kurz angerissen. Wir haben erwähnt, dass wir hier auch, wie gesagt, tolle Nebencharaktere haben, die da jetzt auch sogar einen Oscar für bekommen hat, für ihre Leistung. Es gibt natürlich eine ganze Handvoll weitere Charaktere, aber die will ich jetzt vielleicht hier gar nicht so weit in den Vordergrund schieben. Es gibt ein paar ganz tolle, vielleicht einen noch, weil ich den ganz lustig fand, diesen Typen, der den Freund von Jeb spielt. Diesen für Special Ops tätigen, dicken Typen. Also, das war ganz interessant. Also, es gibt, natürlich ist der Film voller interessanter Figuren und da ist eben ein Typ dabei, der ist wohl maßgeblich an dem, ja, im Endeffekt an dem Highlight des Films oder am Finale des Films, nämlich diese quasi Auseinandersetzung, die dann kurz nach diesem angeblichen Attentat auf die Mitbewerberin stattfindet und die Auseinandersetzung eben mit der Presse und mit der Polizei und wie versucht man sich da rauszureden und wer wusste überhaupt von was. Und wie es überhaupt dazu kommen konnte, da gibt es eine Figur, ich glaube, das ist der Sean, hieß der, glaube ich, ist dann gespielt von Paul Walter Horser, der ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Denkst dir, ey, das ist doch irre, den haben die sich doch ausgedacht, den kann es doch so in der Form gar nicht geben. Und dann gibt es ganz am Ende bei den Aftercredits eben quasi die Original-Szenen, wie sie tatsächlich damals von der Kamera festgehalten worden sind. Nicht nur eben jetzt auch die Interviews, die Margot Robbie hier als Tonja nachspielt, sondern eben auch die Original-Interviews mit der Original-Tonja Harding. Wahnsinnig beeindruckend, wie nah sie da am Original ist. Und dann gibt es da eben auch diesen Typen, der eben offensichtlich doch nicht erfunden war, der auch vor der Kamera in Interviews erzählt, er wäre hier der Superberater für Special-Obs- und Geheimdienste, und also ganz im Ernst, man sieht auf den ersten Blick, dass er das nicht ist. Das ist so unglaublich, weil ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Die haben da ein bisschen nachgeholfen, den ein bisschen komischer gemacht, ein bisschen verrückter gemacht, aber das ist wirklich eins zu eins, diese Szenen, die er dann, wie er so ist und so, und dass er halt wirklich so diese Wahnvorstellungen hat, das fand ich total bemerkenswert. Und auch vor allem halt wegen dieser ganzen Original-Aufnahmen sieht man auch, wie krass gut die Schauspieler sind. Dass sie die einfach wirklich so eins zu eins mehr oder weniger dann hingekriegt haben. Und das finde ich bemerkenswert. Definitiv. Gibt es noch einen Punkt, den wir unbedingt noch ansprechen sollten, deiner Meinung nach? Ähm, ich finde, ja, halt so diese Parallelen zu Black Swan habe ich halt dann öfters mal gehabt, aber nicht wirklich, weil Aitonia ist eher eine, ja, keine Komödie, aber geht eher in so eine lustigere Schiene als Black Swan. Das ist halt so ein, das ist halt nur ein Psychothriller. Ähm, und, aber es ist halt auch die eine Szene, wo sie, ähm, zum Ende des Films im, in ihrem, ähm, vom Spiegel steht und versucht zu lächeln, aber die ganze Zeit weint. Das hat mich auch total krass an Black Swan erinnert. Und das musste ich nochmal sagen, dass es halt, wem Black Swan gefallen hat, wird es wahrscheinlich auch gefallen finden. Ist nicht das Gleiche, aber es geht halt auch um so eine, so eine, ja, sehr ambitionierte junge Frau, die dann halt daran scheitert, dass alles irgendwie zu Brüche geht. Dann würde ich sagen, kommen wir hier zu einem Fazit. Ich möchte meins da auch gerne mal vorwegnehmen, um dir noch ein bisschen Bedenkzeit zu geben. Ich persönlich fand den Film sehr gut und wurde auch darin bestätigt, mich auf Margot Robbie zu freuen. Das ist eine wahnsinnig tolle Leistung. Sie schafft es, Tonja Harding über verschiedene Epochen ihres Lebens realistisch darzustellen. Also sowohl in ihrer Hochzeit, als auch eben später dann, ähm, nach, ähm, mit einigen Jahren Abstand zur eigentlichen Karriere. Sie, ähm, schafft es auch super. Sie, so, sie hat ja auch diesen Dialekt, den sie mitbringt. Also dieses Südstaatending, dieses so ein bisschen, ich kann das gar nicht nachmachen. Aber, ähm, also es ist ja glaubhaft, dass sie aus dieser Schicht kommt. Die sie da eben auch spielt. Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben generell viele tolle weitere Charaktere. Eben auch die Dame, die ihre Mutter spielt. Das ist also eine herausragende Leistung, die da eben auch zurecht ist, wegen dem Oscar gekrönt wurde. Sind viele tolle Sachen dabei. Wir haben, was mir als so im Herzen bin, ja, doch so ein bisschen so der, der Rocker. Die musikalische Untermeinung der Eiskunstläufe ist fantastisch. Es ist eben viel so, ähm, ja, also so entsprechende Musik eben auch der Zeit dabei. Ich glaube, es ist, ähm, weiß ich gar nicht, was war das denn? War das ACDC, was wir da gehört haben? Ja, ACDC auch. Ich glaube, Blondie war auch mit dabei. Also, das war ein richtig toller Soundtrack. Fantastisch, gefällt mir sehr gut. Das Einzige, und das ist schon wirklich, da muss man schon lange drauf umdenken, bis man was findet, wo man was kritisieren kann. Ich finde, so ein kleines bisschen zu viel ist dieses Hin und Her mit ihrem Mann der Fall. Dieses, ich bin mit ihm zusammen, ich bin nicht mit ihm zusammen, ich bin mit ihm zusammen, ich bin nicht mit ihm zusammen. Das war mir mindestens einmal zu oft der Fall. Verdeutlicht aber auch so ein bisschen diese Beziehung, die sie zu ihm hat, dieses ständige Hin und Her. Diesen Halt, den sie im Endeffekt in irgendeiner Person dann auch sucht und vielleicht bis zum Schluss auch nirgends gefunden hat. Und insofern würde ich dir im ganzen Film 4,5 von 5 Sternen geben, mit Tendenz eigentlich zu den 5, aber irgendwas will ich ja immer kritisieren. Ja, ich bin genauso. Also, um vorwegzunehmen, ich würde auch 4,5 von 5 Sternen geben, weil ich auch, um einen Film 5 Sternen zu geben, muss es wirklich der absolute Hammer gewesen sein, wo ich nach dem Film irgendwie die ganze Zeit drüber nachdenke und tausendmal wieder gucke. Altonia werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, das auf jeden Fall. Und der Film hat auch dazu bewirkt, dass ich, als ich wiederkam vom Kino, lief gerade Eiskunstlaufen im Fernsehen und habe ich mir angeguckt, die ganze Zeit. Also, es hat mich dazu gebracht, Eiskunstlaufen ein bisschen näher kennenlernen zu wollen, mehr oder weniger. Also, ich habe mir das dann angeguckt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, von den ganzen Oscar-nominierten Filmen ist Altonia für mich auf jeden Fall auf Platz 1, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, okay. Ich habe nicht alle geguckt, das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber Altonia ist auf jeden Fall sehr weit oben mit dabei. Und ja, was du schon gesagt hast, es passte für mich alles, vor allem so die Chemie der Darsteller, fand ich sehr überragend. Auch, dass Sebastian Stan mehr kann als nur Bucky, fand ich auch sehr schön zu sehen. Und ja, Margot Robbie finde ich auch klasse. Also, ich habe mir den Film auch angeguckt, um sie zu sehen und war dann halt überrascht, dass der Film mir doch sehr, sehr gut gefallen hat. Alles klar, also wer den Winter Soldier mal mit Oberlippenbart sehen möchte, der sollte sich auf jeden Fall auch Altonia reinziehen. Was hast du demnächst auf dem Schirm? Hast du schon den nächsten Film im Kopf? Ja, ich gehe am Mittwoch in Red Sparrow rein. Uh. Der soll ziemlich scheiße sein, aber trotzdem, ich gebe dem mal eine Chance. Ich mag Jennifer Lawrence. Ja, und vor allem würde mich mal deine Perspektive auch als, sagst du von dir selbst, du bist Feministin, würde mich mal interessieren, wie das in dem Film funktioniert. Wo das ja ein ganz zentraler Punkt sein soll. Ich habe ihn auch nicht gesehen, dass sie da so sehr, ja, sexy als sexy Agentin unterwegs ist und damit auch arbeitet. Bin ich sehr gespannt, wie da deine Meinung ist und da denke ich mal, dass wir da beim Klappencast mehr drüber erfahren können. Genau. Dann danke ich dir vielmals, wünsche dir noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.